So, los geht's hier, Black Ops Cold War. Schnelles Spiel. Mal gucken, was passiert. So, Ausrüstung, was kann man denn da machen? Jetzt habe ich die Klassen freigeschaltet, alles klar. Ah, ich bin doch ein paar mehr, von denen man spielen kann, okay. Interessant, interessant, interessant. Joa, da müssen wir mal gucken, aber ich lasse es erstmal so wie es ist. Ich glaube, da kann man hier auch wieder Sachen heranbauen. Das geht wahrscheinlich gar nicht. Nee, natürlich nicht. Err, Operator, habe ich immer noch Hunter. Achso, muss man Klantech noch einstellen oder hast du schon? Weiß nicht. Ja, schon. Das hast du, glaube ich, schon gemacht. Ja, stimmt. Joa, Stellung, okay. Warte mal, können wir hier wählen, Satellite, machen wir mal. Wählen wir unten links bei Stellung bei Satellite, die Map kann ich noch nicht. Gut, okay, bin gespannt. Und das ist Stellung. Ich habe einen Reward bekommen. Da kommst du in den höchsten Rang. Ja, ich bin ja Profi. So, was nehme ich denn mal? Am besten, was du schnell schießt. MP5 wird ziemlich immer sein. Hier nehme ich mir die. F1 drücken, das ist ein Social öffnen. Nein, nein. Custom 3 habe ich immer Grafikfehler. Ja, komisch. Ungarische Chips, legger, legger. Bei mir hat Custom 3 einen Grafikfehler. Das Abbild der Waffe. Bei mir wird die Lüne nicht angezeigt. Das sieht manchmal etwas merkwürdig aus. Das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen, weil bei mir sieht das eigentlich okay aus. Bei mir ist es auch okay. Bei mir ist es noch okay. Ja, der Fehler besteht weiterhin. RTX Power! Oh. Ich kann mich noch an meinen ersten Kampf erinnern. In dieser Gegend. Da wird jungfreulich. Da! Ich finde die Grafik schon beeindruckend. Ich bin besonders der Fußboden mit Position betankt. Ich bin einfach gestorben. Ich wurde von irgendwo erschossen. Wo ist der Gegner? Ein bisschen Stellung erhalten, ne? Mhm. Wenn man in die Zone... Die Witze blibbert. Schon wieder. Es ist... Oh, ich hab jetzt auch einen Grafikfehler. Wenn mich innerhalb von einer halben Sekunde... ...dener Mordet hast, dann bist du selber. Es ist erledigt. Ah, Matanate. Bei mir sind die Sagen jetzt. Oh, komm schon. Feindliche Spionageflugzeug im Anschluss. Feindliche Spionageflugzeug durch die Gomming. Werfe Granate. Das sicher auch. Aber du siehst natürlich nicht mehr genau, wo die Granaten hinfliegen. Es ist ein bisschen ungenau alles hier. Ich meine, ich meine, ich meine. So, irgendwie sehen die Bäume jetzt aus wie amerikanische Weihnachtsbäume. Sehr cool. Stellung identifiziert. Ah! Shit! Ist ein bisschen schwieriger jetzt hier. Aber erinnert mich irgendwie... ... an Star Wars. Hat die Stellung. Haben wir den hier schlippen? Alter Schwede. Ist halt das. Oh, das trifft man gar nicht. Alter, wo, wo? Hinter mir? Ach komm schon. Ich ändere dich das jetzt. Das ist nix. So. Ah! Granate! Ah! 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 Wo kommt der Scheiß her? Habe die Stellung verloren. Hä? Ach komm. Was hab ich da überfunden? Ach, ich hab ne Annäherungsgranate. Okay. Ja. Das hab ich ja auch. So. Oh! Da duckt er sich weg! Nein! Das glaub ich nicht! Erstmal selber klarkommen hier an der Mappe. Ich kenn die ja gar nicht. Hieß ja nicht alles. Wuhu! Noch einer? Tut 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 tut. War ich gepress. Was ist das? Diese Sauber... Weil da musst du immer noch stehen hier hinten. Robert, guck mal, hinter dich. Heyo! Tot! Ahhhhh! La 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 la. Wer für Betäubungsgranate? Oh, da schnippert schon wieder einer rum. Also jetzt fangen wir auf jeden Fall den Schalldämpfer fast gar nicht mehr. Yo! Guck mal, ich kriege ganz viele Medaillen, ob das Gute ist, weiß ich gar nicht. Stellung gesichert. Das ist ja auch nicht so richtig. Danke. Alter, das ist ja so eine üble Stellung hier. Das ist ja richtig übel. Ah. Ich glaub, man hat die Waffe ein Ziel noch einfach. Schlaufe. Ey. Nein. Ich hab doch grad die Spritze gesichert. Okay. Secure. Granate geht rauf. Stellung identifiziert. Oh, meine Zwergschwässer hat mich am Hauen. Ja. Es musste dazu kommen. Die Klonerei ist wieder los hier. Oh. Es ist grad aber richtig übel zu erkennen, wann die Leute kommen, ne? Es ist... Ja, man sieht gar nix, genau. Die sind sehr gut gepasst. Ja. In den Dünen. Drei. Oh. Ist das witzig, weil die Düne verschwindet manchmal bei mir. Dann kann ich abdrehen. Ah, heimlich. So ein Cheater halt. Ja. Jetzt ist der Zwergschwässer. Schmier, meine Zwergschwässer. Bei mir ist alles rund. Ach, scheiße. Ach, Mist. Prost. Ich will den Kram halten. Nein. Doch. Nein. Prost. Prost. Wo ist das Gegnerz? Junge, Junge, Junge. Wie aktiviert man eigentlich diese Killstreaks? Was? Ich habe auch geschossen. Wie wäre es denn irgendwo gefallen? Wer schießt hier? Ja. Ziel, wenn, ändert sich ja. Boing. Was? Da oben. Wieso bin ich da tot? Hey. Was? Freak. Freak kill. Stellung wird umkämpft. Okay, bin ich dabei. Wo ist die umkämpft? Läuft eigentlich ganz gut. Läuft eigentlich ganz gut. Läuft eigentlich ganz gut. Bis jetzt stützt das Spiel nicht ab. Die Frames sind auch okay. Also kann ich nicht meckern. Aber wie wir das nachher mit den Waffensicht verhältn. So müssen wir nochmal gucken. Bei mir ist alles gut. Nein. Ja, nein. Oh, ja. Stellung wird umkämpft. Äh. Stellung verloren. Was? Stellung verloren? Nein. Äh, äh, äh. Was? Was? Wo? Ja, wieso? Alter, bis diese Granate explodiert ist... Der hat mir Angst in Hardwart. Mir geht's nicht gut. Wir müssen auch beschlägen. Zapserab. Oh, shit. Da ist weiter. Zapserab. Stellung verloren. Nein. Ah, ich wollte eigentlich eine neue Waffe. Los, erobern. 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 Wir sind auf dem Skipschland. Da ist einer drin. Ja, ja. Der hat mich heute schon. Es sind zwei drin. Einer von der anderen Seite. Nein. Wie hat er mich jetzt erwischt? Der schießt hier. Schein tot zu sein. Feistliche Waffe und Angriff im Anflug. Nein. Ich hab ihn aufgeladen. Ich hab ihn aufgeladen. Nass. Ich hab ihn aufgeladen. Aber er hat den Flugzeug eingesetzt. Und jetzt explodierte alles. Warum? Flugzeug übergeladen. Alter. Vermutlich hab ich sowas. Ich hab ihn aufgeladen. Ich hab ihn aufgeladen. Ich hab ne Artillerie, warte, warte Zwei erwischte Artillerie Artillerie Nein, da ist doch neben mir einer Er hat sich hingelegt, ich dachte er war tot Kampfhubschrauber über uns Nein, wo ist der hin? Da Oh, der ist gut Ja, dann guck mal, Map rot angezeigt Kommt angeladen Wir müssen mich mal beschützen Ein Hinterfrauber Nein Wir müssen abgeschossen werden Wir müssen ins Team Reiter Ja gut Da muss man natürlich Ich hab mich mit ner Bombe gekillt Ich hab 3-4-5 Mit der Gnade ist Beinball Mit Stellung Boah Alter, was ist das für ein Geräusch? Nice Wir nehmen hier noch die Hälfte Er ist gleich weg Er ist gleich weg Juhu Ja, da muss man mal zwei Raketen rein tun Dann geht das wieder Oh, da kamen mir 3 Leute entgegen Feindliches Spionage Flugzeug im Anflug Feindliches Spionage Flugzeug im Anflug Färfe Granate Feindliches Geschirr Alter Alter Ja Hilfe Nein Wir sind alleine in der Stellung Wir sind alleine Hilfe, alle hinter Achso die Stellung wechselt gleich Und die hängen da alle rum Ja Und hinterher auf uns Ja Das ist schon wichtig Das war ne sehr kleine Map Aber das ist sonst ok Für ne Beta ist das voll ok, ne? Jaa Jaa Ich hab ne Spyplane gerufen Ja Ihr müsstet den Gegner sehen Jaa Bestellung kämpft Aaaaah Oh, da sind ganz viele Ja, wegscheuchen Wegscheuchen Wo kam die von Irgendwo her Hast du den Eindruck gekommen von überall? Ja Komm so Jetzt müssen wir Bestellung einnehmen, sonst haben wir die Aschkarte Weil im Moment waren wir noch in Kugel Die Spawn Aaaaah Hast du da nicht reingelaufen Wo ist denn der Hardpoint? Ach da Sein Hüfte trifft ja nix Ey, komm schon Wow Ok, egal Mist Bestellung haben wir jetzt nicht Ah, da kommt schon wieder Helikopter Oh, ne schon wieder Geht rein Kilo, schieß den mal ab Ah, ich meinte Jaa Wir müssen hier verhindern Dass mich die Gegner abschießen Nein, ich hab nachgeladen Das war so ne Tonnen die abgeladen Die, die abschießen, den erben Gut Gerne Jetzt ne scheiß Stellung einnehmen Na, die sind in der Führung, weil ich nahe Die hängen da alle in der Höhle rum Ja, ja Granate rein Schmeiß Ich glaub wir von der Seite rein Oh, da ist eine Und wo kommt denn Boah Oh, noch einer Mist Häy? Boah Boah Stellung gesichert Nächster? Was heißt nächster? Wie ist die nächste Stellung oder was? Stellung lokalisieren Stellung wurde gesichert Ah, ok Ich möchte auch noch mal Helikopter einsetzen, ganz schön So, Minen hab ich noch nicht, ok Disco Was war das denn? Yo Das war mit einer Scheiß Rapide auf Alter Hast du das gesehen? Nee, leider nicht Mein, mein, äh Körper ist einfach in so In so In so In so sechs Richtungen In sechs unterschiedliche Richtungen Ja Oh, wieso lade ich ihn nach? Das ist auch ne schlechte Idee 10 Meeren Spiel Stol Aaaaaaah Bist Ah Ok Ich spiele auch nicht hier Ok, ok, ok Ok, ok Ich hab zwei mit einer Granate bestellt Nächster Stellung wechselt wieder Da rennt schon welche hin Aaaaaaah Im Bein Ok Stellung lokalisieren Hup Der Fall hat die Stellung Waaah Oh, nein Wieso werde ich dann gekillt? Ich verstehe es. Wo ist er? Wieso läuft er denn weg? Ah, hier nicht habe ich. So schön. Weg doch! Das war ja gar nicht so. Das Spiel rechtzeitig verlegt. Wo will ich das nicht? Wo will ich denn? Oder das Bild ist da, das du so geschickt hast. So, mal gucken, was wir gekriegt haben mal eben hier noch. Gibt es eigentlich nur zwei Maps? Weiß ich gar nicht. Roni, warum sieht das so crazy bei dir aus? Dann wieder das Psychedelic Add-on. So, warte mal. Okay. So, Statistiken sieht so aus. Kann sie auch sehen lassen. Moment, warte mal. Kann ich Zoom abbrechen? Ja, mit Party. Warte mal, ich muss gucken, was ich hier ausrüsten kann. Müssen wir eben einmal checken hier. Die Waffe für die ganze Zeit gespielt. Kann ich irgendwas ausrüsten? Ne, da kann man nicht, oder? Warte mal. Doch, ab einem gewissen Level kannst du eigene Custom-Dinger machen. Doch, okay. Warte. Aber relativ schnell, ne? Das hab ich, glaub ich, sogar schon. Ja. Wir kommen in Einsätzen, wieder nur fünf, ne? Okay, also, sonst hab ich nicht. Okay. Dann hab ich die ein bisschen getunt. Die mit der Hand kann, hab ich, glaub ich, nichts gemacht. Alles klar. Betäubungsgranate fand ich ganz gut. Granate, Zivil, Mimimi. Lass mal so, wie es ist. Mi-0 fand ich auch ganz gut. Wir müssen mich richtig verstehen. Techniker, Plünderer und Gungho. Was ist das? Äh, drauf ging eine Karte. Okay, machen wir auch mal rein. Ja, das muss ich mich noch mit beschäftigen. Das ist noch nicht ganz klar, was man alles machen kann. Aber das war jetzt noch eine gute Runde. Reingehauen. Sag mal Tschüss oder reingehauen. Tschüss. Tschüss.